Das kürzeln will nicht. Das kürzeln ist nicht. Also warum, der sagt immer Olisha, aber für mich steht da einfach Olesia. Otherwise you're gonna be walking everywhere. Look at me now. I'm so beautiful. Das kann ich nur eins sagen. Ich find's halt ehrlich gesagt, find ich's echt witzig, dass der fix funktioniert. Vielleicht sollte ich das mal in diese Diskussionsformen reinschreiben, wo die die ganze Zeit den Fehler haben. Ich muss einfach reinschreiben, den ich wieder erleben. Ja, oder so. Nee, du musst einfach das, du musst viel gemeiner machen, du musst einfach schreiben, mir geht's jetzt. Ich hab den Fehler gefunden. Und dann einfach, wenn jeder fragt, und einfach nicht antworten. Und machst du den Patrick? Hallo? Hallo? Musst ja gerade ganz kurz antworten. Ich höre einen Olisha. Ja, ich hab ihn schon markiert. Ich seh ihn nicht. Ups. Wo ist denn der andere Fettsack? Hey. Weg, da ist er. Da ist er. Ich find's nicht nett, wie du über meine Artgenossen sprichst. Jetzt komm. Hab dich mal nicht so. Mein Fehler. Du hast schon das zweite Mal, innerhalb weniger Sekunden, was ist los mit dir? Das ist zerbütend. Jetzt wird hier gleich wieder ein Monster erscheinen. Oder eine Horde. Oder beides gleichzeitig. Oder ein Hurensohn. Geil. Kein Family-Friendly-Content mehr, was? Das war's doch noch nie. Äh. Das hier ist eh der allerbeste Platz. Da kann dir irgendwie niemand was anhaben. Hört ihr das? Oben, ja. Der ist hier irgendwo über mir. Hinter euch. Zehn. Ich hab ihn. Ich komm mal runter. Ja, da kommt eine Horde. Ich hab Angst. Don't fear the Horde. Embrace it. Don't fear the Reaper. Die kommen von... Wo kommen die von rechts? Irgendwie sind die über uns. Mhm. Hab ich auch so. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Achtung, Patrick. Die Stropfen hinter dir. Ja, ich merk's gerade. Wutters, warum ist mein Stift schmerz? Geh, run! Ich will nur deine Freunde sein. Ich denke, ich werde das Kurs in die Tür. Alter, das stirbt doch jetzt! Das ist ein gedrecks Fies, was einfach nur in den Wehr gelaufen ist. Patrouille. Hinter mir ist ein Assassin. Patrouille. Hinter, da darf ich sehen. Ach, da oben, lol. Ja, den hab ich aber erwischt. Komm, wieder rüber. Soll ich dir deinen patentierten 360-Grad-Pult zeigen? Tu es. Ich war's nicht. Das ist das Wichtigste, um den 360-Grad-Pult zu tun. Du darfst einfach nicht zugehen, dass du das vorst. Ich will gegen die Kerska komplett useless. Alles klar. Okay, da ist er jetzt guter Tod. Geil. Ich glaube, den Chaos Haupt... Da war auch noch grad noch ein Fettsack hinter uns. Wir müssen echt aufpassen. Oh, da vorne ich sehen. Patentierter 360-Grad-Pult. Wer mir den Heiltank gegeben hat, danke, Obama. Ich hab's live-rackt. Ja, sorry. Dann gib ihn wieder her. Borde. Direkt vor uns. Wer rechnet damit, dass du bei dem Charakter auch live-rackt gehst? Ich? Alter. Ich hasse Monks. Oh Gott. Oh Gott, Blightstormer. Wir müssen gleich aufpassen. Vielleicht müssen wir rennen. Hinter uns. Wir müssen ein bisschen zurück. Zurück, zurück ein Stück. Die umlaufen uns so ganz seltsam. Irgendwo ist noch dieser Fettsack. Alter, ist er. Alter, wie ich jetzt dreimal über seinen Kopf drüber geschossen hab. Gut, nehmen wir gleich mit, ne, da drüben. Aber will den Typ nicht mitnehmen? Genau? Nee. Ah, danke. Ich wollte gerade sagen, wirst du vielleicht mich verbinden? Ja. Dann geht doch dann. Ausgleich. Das nehm ich dann für den guten Buben mit. Gut, ich habe den Typ nicht mitnehmen. Ich habe den Ding verpasst, das hat überlebt. It's your boy, skinny penis. Genau. Hey, yo, it's your boy, skinny penis. Was war jetzt mit dem los? Hast du ihn da gekillt? Mmh. Yep. Er holt aus und stirbt. Schön, den Pfeil in die Brust. Da hinten sind Mönche, ich habe die attackiert. Mir ist mir irgendwo eine Hookrad. Hinter dir sind Mönche, hinter dir sind Mönche, die hauen richtig rein. Ja. Okay. Bitte. Vorne sind auch noch welche. Danke, Obama. Mein komischer Ball ist einfach in die andere Richtung abgebogen. Ich werde manchmal so Ich werde manchmal so komisch getroffen, ja. Ist nicht gut. Sollten wir hier fighten eigentlich? Ups. Was macht der Zwerg denn eigentlich? Im Laufen und Sterben, so wie ich. Der noch zwei Sekunden. Aber also, der hat es ja richtig drauf. Der ist Stufe 30. Bei dem Chaos Warren dachte ich mir noch okay. Chaos Warrior, aber das ist sogar bei denen jetzt passiert. Da kommt ein Hattenhugger noch. Geil. Geil. Ich bin instant gestorben. Wurde aufgehoben, instant verreckt. Werden dich aufgehoben. Äh, Zwerg. Der ist komplett tot. Nein. Er hat mich getroffen. Ich bin aus der Blockkette raus. Hopp. Es tut mir leid. Ich bin nicht mehr so in Übung. Alles gut. Nein. Ich bin nicht mehr so in Übung. Okay, ich bin vor der Höhle. Ich bin nicht mehr so in Übung. Hast du den Langbogen oder den Zitterbogen? Langbogen. Den Zitterbogen, schrecklich. Du hast aber halt viel Munition. Ja, und du brauchst doch viel Munition, um überhaupt irgendwas umzubringen. Boah, wie er genau jetzt stehen geblieben ist und sich umgedreht hat. Nimm du. Ich bin da vorne in dem Loch drin. Ähm, na komm, dann kann sich das einer von euch holen. Was denn? Oder kommen wir da noch hin? Nee. Ah, egal. Echt jetzt? Nee, doch da vorne, der kommt doch wieder raus, oder nicht? Nein. Hol dir mal da hinten den Ulti-Trunk, links. Stimmt, da kommt man echt nicht mehr runter, egal. You don't say. You don't say. Was? Oder zwar liegt ja neben mir. Ich sagte, you don't say. Patrick, willst du mir nicht irgendwas erzählen, warum dein Kopf so hässlich aussieht? Was ist denn das mit meiner Maus los? Aua. Ich kann nicht mehr steuern grad. Du bist grad kurz alleine. Hinter dir, Redling. Patrick. Ich kann nicht steuern. Geht's jetzt wieder? Anscheinend geht's jetzt wieder. Ich hab das aber auch schon mal, da ich die Maus raus und einstecken muss. Dann nehm ich jetzt kurz mal den Heiltrank. Du kannst, oder kannst du welche benutzen? Ja, aber ich brauch's nicht. Dann lass uns die beiden mal holen, hier! Ja, das wär echt toll, statt einfach nebendran zu stöhnen. Ich werd warten, bis Philipp da ist, bevor davon irgendwas angefallen wird und stirbt, weil ich zu euch runtergehe. Achso, so ihn hatten wir grad, ich denk, dass wir sind gut dabei. Sicher, sicher. Das ist wahr. Alter, was war das grad? Ich glaub, da war einfach kurz Staub beim... Links drinnen, unten. Also da vorne kommt auf jeden Fall noch ein Chaos, weil das hat deine... Deine Lady gesagt. Da ist er doch. Irgendwo da ist er. Ja. Ging da jetzt grad die Hälfte in den Baum. Aua. Mh, hab ich gar nicht gesehen. Ist mir reingelaufen, tut mir leuer. Alles gut, ich war nur irritiert. Oh, hinter uns ist ein Assassine! Tag 7, sie wissen immer noch nicht, dass ich keiner von ihnen bin. Okay, gehen wir mal runter zu dem, weil der ist eh so gut. War das gerade eine passiv-aggressive Art zu sagen, er ist scheiße? Ja. Ja. Geil. Oh, hinter uns, hinter uns. Achtung! Ja. Ich hab' den da... Ja. 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 Ich bin noch dran. Ja. 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 Ich hasse mein Leben gerade. Ich will dieses blöden, verdammten Bogen loswerden. Alter. Ich habe mich nicht bewegt. Doch, du bist nach links gelaufen. Nee. Ich wollte dich ja direkt zu dem Kopf vorbeiwerfen, aber dann bist du genau reingelaufen. Ja, wo ist der gar noch? Zu Philips Verteidigung, du schießt mich auch dauernd auf. Hey. Nein, 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 ich sag dir zu deinem Verteidigung, ich wollte trotzdem hey sagen, das ist verwirrt. Weiß nicht, wovon wir reden. Soll ich sie mitnehmen? Oh ja, nein, nein, nein. Bloß nicht der Typ. Hat der schon? Nee, gell. Ja, der weiß, dass er sie nicht mitnehmen sollte. Hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin da wieder rein. Ich bin da unten drin, ich komme da nicht raus. Haben einen Halt dran hinterlassen. Nee, ich bin aufgespießt. Es tut mir leid, ich gucke so schnell wie ich kann. Nee, bis dahin bin ich tot. Hättest du nicht mit der Tarnung rauskommen können? Nee, die haben den Eingang blockiert. Ja, aber die werden doch umgedreht, wenn sie sich nicht sehen, oder? Ja, aber vor dem Eingang gestanden. Nee, die bleiben stehen, das ist das Problem. Du, ich konnte da nicht rauslaufen, ja. Aber ich habe das Tone. Ja, es ist aber auch toll, dass das Spiel... Irgendwie tut das Spiel mittlerweile sehr viele Dinge nicht ansagen, beziehungsweise sehr viele Töne einfach nicht wiedergeben. Ich habe 0,0 von der Holger mitbekommen. Oh, da war es irgendwie Fehler, Frau, ja. Ich habe gar nichts von irgendeiner Holger mitbekommen. Assassin, Assassin. Alter, jetzt dachte ich gerade ernsthaft. Da ist einer, irgendwo, ich habe ihn gehört. Ja, der Rabe ist es. Da vorne, vor dir. Ach man, Alter, ich sehe es nicht, weil da steht Freilassen. Oh mein Gott, warum muss das denn in mein Gesicht? Ich weiß doch, wo der ist. Ja, ach komm, Alter, dann steht da Freilassen. Und ich denke mir so, heißt das was, oder nicht? Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Der Zwerg war aber auch der übelste Trash. Also der war wirklich 10,10 nicht gut. Ja. Oh man, come on. Naja, passiert. Man muss auch mal verlieren. Ja. Ja.